Schauen Sie sich diesen Dodge einmal genau an. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. Dieses Auto ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Sie machen jede Fahrt zu einer sicheren Fahrt, dank der Vorkehrungen wie eine Rückfahrkamera, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt.